Das ist Paul. Er ist seit drei Jahren selbstständiger Immobilienmakler. In seiner Arbeit ist Paul erfolgreich und sein Kundenkreis wächst von Jahr zu Jahr. Zeit wird jedoch immer mehr zu seinem Problem. Paul hat kaum Zeit für seine Büroarbeit, den Immobilieneinkauf, seine Mitarbeiter und um sich aktuelles Wissen anzueignen. Auf der Suche nach einer Lösung, um seine Aufgaben effizienter zu bewältigen, stößt er auf ein interessantes Angebot. Ein online-basiertes CRM für Immobilienmakler. Das System ermöglicht eine einfache Verwaltung von Objekten, Interessenten und Anbietern. Ein rechtssicherer Vertragsabschluss wird gewährleistet und man behält den Überblick über Aufgaben und Termine. Auch ein Firmenprofil und eine Website kann Paul anlegen. Neben Immoversum und Bauwohnwelt hat Paul auch die Möglichkeit, seine Immobilien auf weiteren namhaften Portalen zu übertragen. Das Makler-CRM ist für alle Endgeräte kompatibel. Es ist preiswert, sicher und aktuell. Paul ist begeistert von dieser Lösung und registriert sich. Jetzt ist alles viel einfacher und Paul ist zufrieden. Seine zwei Mitarbeiter, denen er bereits die notwendigen Berechtigungen zugeteilt hat, unterstützen ihn bestens. Durch das Reporting hat er nicht nur einen besseren Überblick über seine Geschäfte, sondern auch noch Zeit für seine Familie. Möchten auch Sie am schnellsten von der Aufnahme der Objekte zum erfolgreichen Abschluss kommen? Dann informieren Sie sich unter www.immoversum.com James Horkmaus von Vibes